Also es ist mir wichtig, dass es Sicherheit gibt zwischen meinen Mitarbeitern und Gästen. Ich mache deshalb gerne dabei mit, damit keine zweite Epidemie aufkommt, dass wir nicht mehr müssen alle zu Hause bleiben und dass wir können wieder in Ruhe unser Leben leben. Also dieses Zeichen ist eher für ein Lächeln oder eben auch für den nötigen Abstand. Bis zum nächsten Mal.